Ich glaub das geht mit nem Erweiterungspack Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Sims 3 mit mir, den Thomas und Player Gellon Ja, in der letzten Folge hatte der Sherlock hier eine Party geschmissen, die nicht so ganz erfolgreich war Naja, die war eigentlich der größte Flop Hoffentlich spricht die Nachbarschaft auch nicht darüber, das werden wir aufräumen, die vergammelte Pizza Weil du ja nachts nicht zur Tür gehen konntest, beziehungsweise ich habe die Pizza nicht gesehen Ja, der Sherlock duscht jetzt da seine Hygiene, glaub ich, sehr niedrig ist Es geht eigentlich, wieso, wieso ist er so schlecht gelaunt? Ich meine, es geht eigentlich relativ Ja, jetzt der Spaß ist ein bisschen niedrig In der heutigen Folge, glaub ich, werde ich den Sherlock mal in die Stadt rauslassen, da er Wochenende ist Und er ein paar Freizeitaktivitäten gebrauchen könnte Mal gucken mal so, ich habe gerade da in diesem Ladebildschirm gelesen, dass man verschiedene Fähigkeiten hier lernen kann Aber das kostet eine Kleinigkeit Wenn ich wüsste, wo das ist Wegen der Sherlock braucht er Logik, damit er befördert wird Was ist das für ein Haus hier? Sieht richtig geil aus Boah, ey, die haben solche richtigen Premiumhäuser und ich habe so eine Gartenhütte, ey Was ist denn das hier für ein Haus? Das sieht leer aus Nein, das ist natürlich nicht leer Ähm, jetzt gehen wir mal Wieso bist du denn schlecht gelaunt, Junge? Angeekelt Alles, was abscheulich aussieht oder schmeckt Ekelzims an Es ist also besser, sie davon fernzuhalten Ja, komm Blitzblank, ja, das ist Ach, mein Simliest Das ist heavy Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter Jetzt geht er auf Klo, okay Brechen, ah, das sieht überhaupt nicht gut aus Das sieht hier aus wie das Rathaus Ja, kann man irgendwas machen? Politik-Karriere starten, nein Namen ändern, nein Rathaus besichtigen, nein Charisma-Unterricht Charisma, nein, das brauchen wir nicht Nein, 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 das brauchen wir nicht, nein Weg da, meine Güte, was ist das denn? Betrachten, ja, das brauchen wir nicht betrachten Um 10 Kilometer zu fahren, um das hier zu betrachten Wo, ach, wahrscheinlich in der Bücherei, ne? Bücherei Bücherei war, glaube ich, irgendwo rechts in der Stadt Nee In der Nähe des Fitnessstudios war es, glaube ich Mein Sim ist ja nicht so der Mucki-Man Der ist sehr, so der Typ der Logik Das werden wir so ein bisschen suchen Das war, glaube ich, hier die Bücherei Ja Papyrus-Bibliothek besuchen Papyrus-Bibliothek besuchen, ja Jetzt gehen wir gleich mal rein Wenn wir noch ein bisschen vorspulen Der Sherlock soll sich ein bisschen beeilen Mal gucken, wann er ankommt mit seinem Taxi Dass das Taxifahren umsonst ist, ist richtig heavy, ey Da ist er ja auch schon Warte, nein, nein, nein Normale Geschwindigkeit Mal gucken, was er jetzt so machen wird Ausschalten, automatisch einschalten In den See Fahrbahn Was ist denn das da? Ist das nicht ein Bücherregal? Och, Mann, ey, das will ich doch gar nicht So Jetzt zoomen wir ein bisschen ran Was ist denn das hier? Ja, lesen, das wollte ich doch, Mann Buchtitel, okay Magnetische Anziehungskraft Wieso läuft hier ein Baby rum? Egal Ich weiß nicht, wo die Mutter ist Ach, hier können ja Kinder spielen Das ist heavy Und du, Sherlock, wirst jetzt lesen An einem Samstagnachmittag Weil du ja befördert werden willst Wir brauchen Money Damit du nachher in den Ruhestand gehen willst Ich habe gestern erfahren, dass mein Sherlock Schon In 10 Tagen erwachsen ist Jetzt ist er ein junger Erwachsener Und in 10 Tagen ist er schon erwachsen Das ist richtig heavy Irgendwo hier kann man ja die Fähigkeiten Hä? Hm Keine Erwartungen Magnetische Anziehungskraft Zombies Zombies Was ich haben will, ist Logik Immer noch cool lesen Ja, komm, davon kriegt man keine Logik Magnetische Anziehungskraft, Mann Das wird wahrscheinlich die Logik erhöhen Bin ich mir relativ sicher Simulogy Favoriten Elektro Sushi Und Hellgrün Das ist heavy Karriere Karriere Fähigkeiten Inventar Gelegenheit Derzeit steht keine Karriere Gelegenheit für dein Sim zu verfügen Verfolge eine Vollzeit- oder Teilzeitkarriere Um wertvolle Gelegenheit zu erhalten Ja, das wird heavy Magnetische Anziehungskraft Mal gucken, ob da gleich was geschehen wird Lebenszeitbelohnungen Okay Profi Gammler Punkte Ah, man kann hier was kaufen Das ist heavy Ich sollte das heavy nicht so oft erwähnen Und jetzt gucken wir mal Nach Karriere Fähig Ach, das gibt es doch gar nicht, ey Das gibt es doch gar nicht, Mann Jetzt noch eine zweite Etage Vielleicht kann man hier was Vernünftiges lesen Natürlich nicht Lesen Abstrakt Der Zauberer von Die Geschichte der Socke Die Geschichte von Grand Rubino Ja, das habe ich selber Hm G-Pod Keine Erwartung Mord in Schönsichtigen Während der Sherlock hier liest Ey, das muss doch irgendwas bewirken Was steigt denn da, Mann Ja, ich glaube schon Dass hier die Logik steigt Hier sieht man ja Für aktuelles Fähigkeitslevel Bei Kochen ist es zwar Ja, aber du willst kein Koch werden Weil ich es sage Jetzt werden wir suchen Was der noch so am Samstagabend machen kann Da werden wir hier ein bisschen rauszoomen So Das ist doch schon eine gute Ansicht Ins Hallenbad um die Uhrzeit Nee Oder? Ja doch, YOLO Kann man da noch um die Uhrzeit reinbestimmt Dann wirst du das hier besuchen Ist hier ein schöner Park in London London Ist das da, ist das da Äh, ein Restaurant Sieht so aus, ne Sieht so aus wie so ein Weiß ich nicht was Das ist eine Gastronomie Ja, das wusste ich Am Kochen Drinks holen Hier essen Mh, nein Da kann man also kochen lernen Was kann man hier lernen? Journalismus Nee, das will ich nicht Mh, 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 mh Was ist das hier? Teilzeitjob als Wellness-Spezialist Äh, Spezialist Das will ich auch nicht Ich suche Logik Logik Vielleicht im Krankenhaus Nein Arbeiten, äh, Freundin Haushalt besuchen Nein Was ist das hier für ein Gebäude? Ja, Institut für moderne Kunst besuchen Nein, das wollen wir auch nicht Wir suchen Logik Logik Wo bist du? Das sind hier normale Häuser Normales Haus Ich schür, äh Normale Häuser Und was ist das hier? Das sieht auch wie ein normales Haus aus Ja, das ist ein normales Haus Koffiehaushalt besuchen Was ist das hier? Ja, das ist auch ein Haushalt Meine Güte, ey Warte Werden wir die Maus benutzen? Das geht schneller, wenn man die Maus hier benutzt Das ist auch ein Haus Ja, das ist auch ein Haus Sieht leer aus Sieht leer aus Haus Hör, hör Ich bin hier der Reimprofi Ähm Jetzt werden wir hier Was ist das denn? Ach, da war ich glaube ich schon Ne, da war ich noch nicht Was kann man da machen? Ach, kochen Ja, stimmt Ähm Job aufgehen Nein Auf gar keinen Fall Nein Das wollt ihr nicht Wo hab ich denn Kann man hier nichts machen? Anscheinend nicht Anscheinend nicht Aber Pyrus Bibliothek Da muss man doch Logik lernen Nein Was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen Das sind normale Häuser Jetzt werden wir Lang gehen Was ist das? Nein Nein Junge Ey, die haben einen Pool Was ist das für ein Luxushaus? Ey, davon kann ich nur lange träumen Mit meinen 600 Dollar Nehmen wir jetzt wieder Mein Sim anzeigen Muss man hier nicht irgendwo Logik lernen können Das ist komisch Das ist echt komisch Ja, aber was ist das denn da? Was ist diese Leiste da? Wenn mir das jemand sagen könnte Bitte schreibt mir das In die Kommentare Das würde mich sehr freuen Wir werden gleich mal Nightlife hier machen Hat es die Sherlock-Hunger? Ja, dann werden wir jetzt gleich mal ins Restaurant gehen Ins Restaurant Das ist heavy Das ist echt heavy Ähm Das war hier im Kino, oder? Ne, das war irgend so ein Musiktheater-Dings Und da will er nicht rein, weil ich es sage Ja, komm Scheiß hier aus Schwimmbad Wir gehen essen Was ist das da? Nein Ach, das will ich doch gar nicht Mann, ey Bücher kaufen Boah So Das Restaurant war glaube ich irgendwo hier Oder da Ach, Mann ey Jetzt habe ich doch sogar das Restaurant Gibt es hier nicht irgendwo so eine Karte Wo man alles so sieht So So ein Überblick Wie bei Animal Crossing Spitzelfähigkeiten Nein Inventar Irgendwo eine Karte Zeitung Ja, das wollen wir nicht Zum Kaufen Zum Verkaufen hier hinziehen Nein Gelegenheiten Nein Hm Ach, hier steckt die Zufriedenheit Wenn man nie ist Das ist heavy Das ist echt heavy Ähm Genie Ja Lebenswunsch Meister der Künste Der liebevoll geschwungene Pinsel eines Künstlers Kann Bilder entstehen lassen Die die Humor Humorlosen Zum Lachen Und so weit Heiteren Zum Oh man, ich kann nicht mehr lesen Für den heutigen Tag Zudem besitzt sein Sim auch noch Talent Zum Gitarre spielen Worum ihn die Welt beneidete Ey Das wollte ich noch lesen, Mann Okay, ich will mal sagen Wir gehen noch gleich nach Hause Aber ich will noch essen gehen, Mann Wo ist denn hier Essen? Wo war das Restaurant? Wo war das Restaurant? Hm Wir können doch spekulieren Was hier irgendwo? Nein Ey, das sieht hier irgendwie Junge, das ist doch unmenschlich Was sie hier für Häuser haben, ey Weißt du, so sieht ich auch nachher aus Aber ich erarbeite es mir Ich will Ich will kein Motherload benutzen Komm, gehen wir nach Hause, ey Karten Ah, na Ich hab's auch gesehen Ich hab's auch gesehen Gemeinschaftszentrum Das ist der Mainwaytal Andres Das ist hier das Fitnessstudio Stadtpark Gemeinde Gemeinschaftsschule für Hochbegabte Hm Hier Da wollen wir hin Gastronomie Nein Hier essen Alleine Da wirst du jetzt essen gehen, Sherlock Und wir lassen es auch weiterlaufen Und zurück Mein Sim anzeigen Wahrscheinlich wird er jetzt wieder Ein kostenloses Taxi fahren Höchstwahrscheinlich Was ist das denn für eine creepige Puppe da Ja, ein Glück verschwinden wir hier Bevor die sich nicht bewegt, ey Aber mein Sim scheint jetzt gut Laune zu haben Effektives Lernen In der ruhigen Atmosphäre der Bibliothek Das Lesen Lernen und Arbeiten Ich wollte das lesen, Mann Okay Ich beschwere mich nicht Ich beschwere mich nicht Ich beschwere mich nicht Jetzt gehen wir hier Ja, können wir wieder normale Dings laufen lassen Was geht denn da drin ab Da können wir leider nicht reingucken Nein, können wir nicht reingucken Ne, leider nicht Leider nicht kann man hier Leider kann man hier nicht reingucken Ich glaube, das geht mit einem Erweiterungspack Aber da bin ich mir nicht so sicher Und das hier glaube ich Das Fitnessstudio, ja Ne, Wellness Okay Körperbewandlung, Gesicht pflegen lassen Massiert wäre ein Teilzeitjob Ne, Teilzeitjob will ich auf gar keinen Fall Und ich würde sagen Nachdem er gegessen hat Werden wir nach Hause zurückkehren Wenn ich für so mein Ah, das ist mein Zuhause Hier in der Gammel-Ecke da Ah, hier kann man bestimmt Logik klären Da bin ich mir 100% nicht sicher Und wenn ihr wissen wollt Was Sherlock in der nächsten Folge Im Wolfgang G. Institut für Wissenschaft und Technik tut Schaltet Was habe ich gerade überhaupt gesagt? Okay Nochmal von vorne Wenn ihr wissen wollt Was Wolf Ja, was Wolfgang G. Wenn ihr wissen wollt Was Sherlock in der nächsten Folge Im Wolfgang G. Institut für Wissenschaft und Technik tut Ja Dann schaltet ein Bis zum nächsten Mal Ciao